Was haben wir denn oben, was 8 ergibt? Das zum Beispiel ergibt 8. Das ist zu wenig. Ich werde mal eher besorgen. Das würde eher sowas sein wie das hier. Nehme ich auch 8. Das hier ergibt auch 8. Fantastisch. Ja, los. Ja, toll. Ich kann auch römische Zahlen nachlesen, ne? Ja, eigentlich kann das Römerchen nachlesen, ne? Zack! Ich halte das Römerchen. Ich weiß, es ist schade, aber ich kann nicht helfen, sich zu responsablen zu fühlen. Entschuldigung, voll vor. Alles klar, weiter geht's, acht mal runter. Das nächste Mal geht's halt. Geht's nicht was klein und groß. Definitiv. Scheiße wie eine Maus. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass jetzt hier nicht unbedingt was rumliegt. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lasse die anderen in den inneren Studierzimmer für den Fall, dass es wieder alle drei brechen. Welcher ist jetzt stark beschädigt? Da siehst du ja null drin, ne? Du hast ja einschnaufen, du brauchst noch. Okay. 14 Juli 1839. Okay. 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 Ah, da fehlen ein paar Zahnräder. Okay. Das ist cool. Ah, das ist cool. Dein ein paar Zahnräder. Das ist cool. Ja. Ein paar Zahnräder. Das ist so cool. cool 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 yo um cool 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 Ich kann dich umliegen. Yes. Überlegend. Und. Entendlich haben wir extra 3 Stück ausgereicht. Ich meine, das ist zwar nett, dass die Rätsel da sind, aber ich glaube, du willst dich auch nicht als Stunde nach unten abkriegen. Ja, so schwer sind sie jetzt nicht, ne? Naja, aber manchmal denkst du wirklich so, ja, ist das easy, aber dann ja noch. Genau. Kannst du ruhig schon anmachen. Die jetzt oben stehen, ne? Ah, eins davon weißt du, aber das hast du ja schön noch aufgeworfen. Wo genau standen das jetzt? Nehmen wir das hier erstmal. Ah, immer diese Lauferei. So war das ganz schlimmer. Super. So war es ja freundlich, dass es mir vorher sagt, dass es nicht dahin passt. Ey, was war das dritte? Ach, lass mich raten. Für jedes von diesen Stänkchen darf ich nochmal Kilometer weit laufen. Eigentlich wurde ja schon gesagt, wo die anderen sind. Eigentlich müssen sie jetzt nicht mehr. Was ist denn noch alles? Nein, schau. Alter. Ich könnte sie noch öffnen. Ich könnte sie noch öffnen. Ach. Mal gucken, was die Brennstecken braucht. Ja. Hier ist nichts weiter. Mal gucken, was die Brennstecken braucht. Ja. Hier ist nichts weiter. Ich kann schon sehen, dass ich ihn nicht mehr fluctue. Zip war noch tatsächlich jetzt noch. Und die Resten stehen dort nicht. Habe ich da jetzt nur einen mitgenommen anstatt den dreien? Muss ich da jetzt wieder reinlaufen? Ich glaube. Nicht im Ernst. Man ist völlig glücklich, aber. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin mit schmarte Arbeit. Ich bin mit dem Kinnlecht-Belundes-Nicht. Vor allem, es wird bald wieder hell draußen. Ja. Wunderbar. Hm. Ich hab dich das zusammen. Nee. Ich mach auch nur noch den Motor fertig und danach hören wir auf. Was ist denn da? Hat der vorher auch schon da? Nö. Das ist nur ein liebes Zeichen. Hat sich noch nicht verändert. Das heißt, ich darf jetzt für jeden einzelnen Stab hin- und herlaufen. Soll ich das gerade nicht besuchen? Ich muss auch schon reden, denn das ist schon ja auch eine Sache, die ich nicht mehr ganz auf dem Schirm habe. Okay. Hm. Beruhigend. Wäre irgendwie einfacher, wenn ich im Hintergrund nicht immer höre, dass, äh, irgendwelche Türen aufgehen... Und irgendwas quietscht? Wie kriegst du das Kotzen in diesem Spiel? Ja, ich glaub's... Das ist schon. Flüstet hier schon wieder jemand. Ja, ist ja gut. Sehr gut. Das ist ja auch ein Silberdinger, die alle rumliegen. Das ist doch so eine Idee. Sehr ironisch, dass wenn man in diesen Raum reingeht, Hundebellen hört. Ne, da ist auch nichts drin. Da auch nicht. Das bildet sich von einem Tybohr und bei einem anderen, was in einem kleinen Raum ist. Hm. Krass, wie war das denn? Hm. 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 Da haben wir ja das andere gefunden. Ich hab das erste gefunden, ja. Hm. Hm. Glaube ich. Hm. Hm. Ich würde jetzt gerne einen Tyb gehen, aber ich weiß nicht. Ich hab gesagt, Hunde, willkommen, dass es hier wäre. Ähm. Ja, toll. Gut. Das würde eh nichts helfen. Gut. Gut, dann ähm. Lässt sich wohl nichts machen. Gucken wir mal. Äh. Dann würde ich mal sagen, wir machen den Motor irgendwann das nächste Mal fertig. Hm. Was? Alles klar. Sonst wäre die einzige Möglichkeit, nochmal die andere Tür zu nehmen, die da unten noch ist, aber... ... wenn du weißt, welche ich meine. Äh. Ähm. Mach mal. Die da unten. Na los. Aber, ja, okay. Na, wieso nicht? Doch, ein bisschen geht doch. Ja, du meinst. Ja, doch. Hallo. Lagerraum. Ja, das, äh, klingt so, als wenn... Hat er nicht sogar gesagt aus dem Lagerraum in mein Studierzimmer oder sowas? Soll sein, doch. Irgendwie hab ich... Äh. Ja, genau. Ein bisschen mehr Öl wäre schon mal irgendwie ein Hit. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich für den Raum. Viele Monster? Ja, ich glaube nur eins. Ich hab grad keinen Bock da drauf. Ähm. Was muss das sein? Dann hat er so weit lo... Nein. Das ist... Böse Stelle. Das ist eine richtig böse Stelle, ja. Äh, ich will nicht. Alles klar. Gut. Ähm. Also... Äh, ja. Wir machen das einfach weinanders weiter. Ähm. Bin ich denn so? Naja. Ja. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, Nacht, Abend, was auch immer. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.